So, brauche ich den Weißen wieder? Boah, bin ich froh, dass ich so viel mitgenommen habe, ey. Muss ich wieder einen neuen machen. Ja, wobei, ein paar haben wir glaube ich noch. Ich geh mal jucken, kann ich sowieso nicht helfen hier. Boah, was war das gerade? Ich hab nichts gemacht. Ich bin im Haus. So, das ist dicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Lampen soweit reichen werden. Und hier muss ich auf jeden Fall noch welche hinsetzen. Eins, zwei, eins, zwei. Deswegen habe ich das Doppeldach da drüber gezogen. Weil ich die so einlassen kann. So, die Vitatina, die kriegen gar nichts. Oh doch, ein bisschen Ehrlichkeit bringe ich schon. Na. Dann gefallen mir die Würfel besser. Okay. Sind viel heller. Haben wir noch andere Lampen irgendwie? Warte, ich geh gucken. Also, wir haben die Würfel in Gelb, Blau und Rot. Und dann Laternen. Die weißen Laternen und die gelben Laternen. Wie viele von denen jeweils haben wir davon? Die Laternen haben wir weiß, zwölf, gelb, 33. Kannst du mir die gelben mal mitbringen? Ja. Da muss ich auf jeden Fall noch ein Wartezimmer herstellen. Das passt ja hier eigentlich sehr gut hin. Mit dem riesen Fenster. Eins, zwei, drei, vierer Gang. Super, dank dir. Miete. Die kann man auch so an die Wand machen? Ja, sehr gut. Natürlich kann man das. Ach, weil du die ja auch noch so tief reingesetzt hast. Deswegen bringen die so wenig Licht. Oh, hier eine Tür noch ein wenig. So. Jetzt hier noch die Wände hochziehen. Weißt du noch, wie man Bilder herstellt? Oh, das hat der Jahre dir gemacht. Ich gucke mal, ob ich es rausfinde. Ich weiß, dass Papier und Stoffzeug auch da ist. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht in meinem Haus. Gehen wir mal gucken. So, jetzt soll ich mal kurz eine Craftingbox erstellen. Haben wir zufällig auch noch Stühle da? Weißt du das? Und wenn wir noch Betten da haben? Ansonsten bräuchte ich Wolle, wenn es geht. Also weiße Wolle reicht eigentlich. Also Stühle nicht, Tische habe ich noch. Okay, ne Tische nicht. Ich brauche Stühle. Muss ich mal gucken. Ich muss noch mal unten in den Keller gucken. Wundscher. Was ist das? Fantasy Block. So. Ach, die sind ja einfach gemacht. So. Nein, ich habe noch einen Fernseher. Ich habe einen Radio, einen Tisch. Okay. So, jetzt gucke ich nochmal hier beim Holzvorsitzender nach. Nein, haben wir alles nichts mehr da. Soll ich dir vor Betten machen? Ähm. Ne, du kannst mir Wolle mitbringen und nochmal ein normales Holz. Also Eichenholz. Bretter. Bretter? Wie viel Bretter? 64 Reichen? Na, bring mal ruhig mit. Ist egal. Ist die Lampe aber kacke hier. So ein bisschen höher machen. So. So. Jetzt komme ich wieder die Feinheiten, die Feinarbeiten hier. So. 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 Okay, danke dir. Äh, Bilder hast du keine gefunden ne? Nein. Okay, müssen wir gleich mal gucken, dass wir welche hergestellt bekommen. Also, Betten. So. Die Stecken komischerweise nicht. Naja. Betten war eins. Bett Nummer 2. Bett Nummer 3. Und Bett Nummer 4. So, jetzt brauche ich noch Stühle. Ich finde hier keine Bilder. Okay, das habe ich hier jetzt entfernt gestellt. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein, finde ich nicht. Ein einzelner Stuhl? Ja, da kommt noch ein Computer vor. Du könntest mal noch vier Computer herstellen, wenn du Bock hast. Was ist denn das? Trend-Nachbildung. Okay. Billy Christensen, Summer Ring. Yeah. Eine tolle Schallplatte. Ich glaube, ich muss noch kurz in den Game-Mode gehen, um das rauszufinden, wie die Dinger heißen. Ach. Kann ich hier reinschreiben. Kann ich hier reinschreiben. Das ist normaler Rahmen. Gemälde heißen die. Alles klar. Wie viele Computer brauchst du denn? Äh, vier Stück. Ne, mach mal, mach mal fünf. So, auf U. Gemälde. Sticks und in der Melle Mitte Wolle. Okay. Okay. Das ist Marble, der Idiot. So. Drei Stück erst mal. So. Ich muss auf jeden Fall noch eine Rezeption erstellen. Hier brauche ich ja auch noch Stühle. Fünf wolltest du haben. Ja. Da ein Bild. Das ist zu groß. Da ein Bild. Hier noch ein Bild hinsetzen. Dann brauchst du ja Tische doch Tische. Warum? Wo willst du die Computer hinsetzen? Auf irgendwelche Holzklötze. Okay. Ich muss auf jeden Fall noch eine Stühle. Ja. Okay. Ja, Homa. Danke. So, Damestühle. Einen Stuhl zu wenig, na super. Wo sind die Zeitschriften? Kann man die auch erstellen? So. Du musst jetzt in jeden Raum einen Computer reinstellen. Ja, haben die Ärzte doch meist, oder? Okay. Was war das? War der Computer. Das Geräusch habe ich auch immer, wenn ich zu Hause den Computer ausstelle. Was willst du mit der großen Fläche hier? Ich brauche nur eine Rezeption, auf jeden Fall. Die bin ich am überlegen, wie ich sie gestalte, wie ich sie am besten herstelle. Tisch. Diesen großen, wo du aneinanderbauen kannst. Der wäre jetzt gut. So eine lange. Aber das bringt auch nichts. Du musst ja eigentlich durchgängig zu sein. So wie die Bar ist.